Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von The Mother, der neue Netflix-Action-Film mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. Ob es sich an der Sichtung lohnt oder nicht, das werden wir hier besprechen und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit, Achtung, jetzt kommt es, meinem Brother from another mother, dem Timo. Hallo Timo! Es ist so gruselig, dass ich das genauso auch sagen wollte. Das ist richtig, hallo, herzlich Willkommen, hast du auch schon gesagt. Wir sagen einfach alles das Gleiche. The Mother, wie wir hier in unserem kleinen Länden hier sagen. The Mother, das TH-Massaker. Genau, deswegen werden wir den Film vermutlich auch einfach nur die ganze Zeit Mutti nennen. Wir konnten Mutti schon vorab sehen. Es ist, wie gesagt, der neue Film mit Jennifer Lopez, exklusiv bei Netflix zu sehen. Der wurde, glaube ich, schon vor einem Jahr oder so angekündigt. Jetzt ist er endlich da! Timo, wie excited bist du deswegen? Oh, mega. Ich bin ja J-Lo, ich würde sagen, fast ultra. Ich liebe ihre Musik. Sie hat eine ganz, ganz prägnante Stimme. Sie ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin und die Hörerinnen und Hörer müssen jetzt entscheiden, ob ich das ernst meine oder ironisch gebrochen habe. Hm, also bevor wir uns am Film an sich mal entlanghangeln, vielleicht wirklich mal eine gute Frage, wie wir zu der Frau Jennifer Lopez stehen. Ähm, und ich mach mal den Anfang. Ich fand sie nie so toll. Ich hatte auch nie was gegen sie, aber sie ist mir weder darstellerisch, noch musikalisch wirklich, ja, aufgefallen. Das ist nämlich nicht meine Musik. Ich muss aber sagen, dass sie in den letzten Jahren mit Hastlers wirklich ein sehr gutes Comeback hingedeckt hat. Und da hat sie mir auch wirklich gut gefallen. Deswegen hatte ich, an Anführungszeichen, Hoffnungen auf dem Mother. Wie war's bei dir? Ich mochte J-Lo, bevor sie angefangen hat, auch noch zu singen. Also es klingt so ein bisschen doof und ich meine das auch gar nicht böse, weil ich finde, sie hat halt eine sehr, sehr egale Stimme und eine sehr, sehr dünne Stimme noch dazu. Deswegen sticht sie, ist halt keine Mariah Carey oder Pink oder so, die echt eine coole, prägnante Stimme hat. Ich mochte zum Beispiel damals, als sie in Money Change mitgespielt hat, da finde ich sie richtig gut. Ich mochte sie in U-Turn und das sind alles so Sachen, die sind halt vor ihrer Gesangskarriere entstanden. Ich habe diesen Selina-Durchbruch-Film, habe ich nicht gesehen, in Anaconda fand ich sie. Und der Rest, so ab der Gesangskarriere wurde mir echt egal. Dann hat sie natürlich mit ihrem jetzt-Wieder-Freund Ben Affleck diesen Gilly verbrochen und danach ging es irgendwie schauspielerisch echt bergab. Ich habe Hastlers leider nicht gesehen, hörte aber auch schon sehr, sehr viel Gutes. Und der Rest ist halt irgendwie, also ich mag Rom-Com, Jenny from the Block gar nicht und ich mag Jenny from the Block als Musiker auch eher so semi. Aber ich hatte irgendwie seltsamerweise Lust auf The Mother. Ich weiß gar nicht warum. Ging mir aber auch so. Also er wurde angekündigt und ich kann es mir auch gar nicht richtig erklären warum, aber ich war sehr gespannt auf den Film. Vielleicht auch, weil ich es sehr mag, wenn Schauspieler, Schauspielerinnen eine Rolle haben, die normalerweise nicht mit ihnen so in Verbindung gebracht werden. Und dann können wir jetzt mal drauf kommen, worum es in The Mother nämlich geht. Und Timo, die Frage geht dann nicht. Worum geht es in The Mother? Ja, Jennifer Lopez spielt eine Mutter. Das ist auch ihr Rollenname, denn sie hat keinen Namen. Und die ist Profikillerin und ist in ganz, ganz dunklen Kreisen unterwegs. Und wie das so ist, wenn man in dunklen Kreisen unterwegs ist, man ist halt auch in einer, das Wort toxisch ist ja verboten an dieser Stelle, aber man ist in einer Männerdominierten Welt und man lernt halt auch mal einen Mann kennen, der vielleicht eher zu böse ist und man zeugt ein Kind. Und dieses Kind kommt tatsächlich zur Welt in einer Situation, in der es brenzlig wird für die Mutter. Und sie entscheidet sich, das Kind, das Gott sei Dank zur Welt kommt, für mich als Vater von zwei Kindern, ganz, ganz wichtig. Nicht, dass das irgendwie ganz tragisch endet. Und sie entscheidet sich, dieses Kind bewusst wegzugeben, um sie von der Gefahr, die ihr blüht, wegzuhalten. Und Zeitsprung, ihre Vergangenheit holt sie natürlich ein. Und dann geht es rund. Und zwar richtig rund. Aber rund im Sinne von, die Tochter, die bei Pflegeeltern unterkommt, muss beschützt werden und die Mutterinstinkte von Jelo werden geweckt. Ja, so von der Story her würde ich sagen, business as usual. Ist jetzt nichts, wo man sagt, so holla, das ist ja eine clevere Idee oder hoch, interessantes Konzept. Es ist sehr klassisch, das ja aber nichts Schlechtes heißen muss. Und wir haben im Vorfeld schon mal im Vorgespräch ja schon feststellen können, uns beiden hat das gefallen, dass dieser Film sehr geradlinig ist. Ja, also endlich mal einen Film und das können wir aus, also wer jetzt gespoilert werden will, soll zuhören, wer nicht, der hört jetzt mal kurz weg. Aber es ist kein Spoiler, weil diesen Film kann man nicht spoilern. Der ist einfach, der schlägt keine Haken, der ist geradlinig in der Inszenierung wie auch im Storytelling. Ich fand den, so als kurzes erstes Feedback, ich fand den echt okay. Und für Netflix-Filme, das ist ja meine beliebte Floske bei den Netflix-Filmen, fand ich den sogar ein bisschen mehr als okay. Ich mochte auch seinen Look, er hatte immer so diesen leicht verwaschenen Look, die Farben waren immer so ein bisschen untersättigt, alles so ein bisschen so, er hatte so leichte Grautöne, auch wenn sie irgendwie in Mexiko ist. Und wir wissen ja, Mexiko oder Kuba sieht ja in Filmen immer gelb aus, aber auch da wirkte das Ganze immer so ein bisschen, ja fast schon verwaschen. Ich mochte den Look, diesen, ja wie soll ich das ausdrücken, ohne bescheuert zu klingen, ich mochte ihn einfach. Ich bleibe dabei, ich sage einfach, ich mochte den Look. The Movie, genau wie Roxette, hatte er The Look. Genau. Ich mochte den auch. Ich fand das sehr kompetent inszeniert von Niki Caro, die hat ja glaube ich auch diesen Charlize Theron-Film gemacht, der irgendwie auch im Winter oder in irgendwie Wald- und Winterregionen spielt, dessen Namen mir gerade nicht anfällt. Ja, danke, vielen Dank, wie aus Stichwort. Den fand ich auch schon damals sehr, sehr solide inszeniert und ich glaube, ist Whale Rider auch von ihr? Genau, Whale Rider war glaube ich ihr Durchbruch und zuletzt hat sie gedreht Die Frau des Zoodirektors, wer kennt den nicht, und den Mulan, den neuen. Richtig, genau, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, aber ich kenne auch den Zeichentrick Mulan noch nicht, deswegen muss ich mir das irgendwann mal drauf schaffen. Aber ich bin da voll bei dir. Ich mochte das sehr, dass bis auf wenige Szenen, die dann in diesen Autoshots, die man dann, finde ich, manchmal auch weglassen kann, die sahen halt echt richtig schlecht getrickst aus. Aber ansonsten hatte ich zumindest den Eindruck, dass sehr, sehr viel On Location gedreht wurde und das tut dem Film so vom Look her, wenn man Look jetzt da sagen darf, ne, darf man, finde ich, sagen, haben wir auch schon getan. Das tat ihm sehr, sehr gut, weil er sich sehr natürlich anfühlte und nicht so irgendwie künstlich, so Soundstage-mäßig. Natürlich ist er ein gutes Stichwort. Lass uns mal über J-Lo reden, die ja die telegebende Mutter spielt. Wir haben J-Lo jetzt schon als Tripperin gesehen, als Braut, als Zimmermädchen, als Gangster, als Cop. Jetzt das erste Mal als Auftragskillerin, als wirkliche Badass-Auftragskillerin, die sich auch wirklich zu erwehren weiß. Ich presche mal vor und sage, ich möchte jetzt nicht so klingen wie so ein J-Lo-Hater, aber ich habe mir die Rolle nicht immer wirklich abgekauft. Für mich wirkte es teilweise sehr unorganisch, sehr, in Anführungszeichen, unauthentisch, J-Lo als Kinderin zu sehen. Wie war es bei dir? Zwiegespalten. Ich fand, die erste Stunde musste ich wirklich hart immer, also ich glaube, da habe ich sehr, sehr oft Jenny from the Block wirklich gesummt, weil ich das immer wieder sagen musste, das ist J-Lo. Ich nenne das auch sehr gerne den Angelina Jolie in Those Who Wish Me Dead-Effekt. Also wo Jolie ja so eine toughe Firefighterin spielt, die noch so eine tragische Backstory hat. Und das habe ich der nicht abgekauft. Und J-Lo habe ich sie in der ersten Stunde auch nicht abgekauft. Denn man tut wirklich alles, um das auch irgendwie zu vermitteln. Da wird halt auf Gegner eingedroschen, da wird geblutet, da wird irgendwie, sie sieht relativ natürlich geschminkt aus. Aber irgendwie so in der ersten Stunde kaufe ich es noch nicht. Das hat sich für mich ein bisschen geändert im Zusammenspielen mit ihrer Tochter, mit die, Zoe heißt die als Figur. Ich glaube, die wird von Lucy Pace oder Paes gespielt. Die ist jetzt keine super Kinder- oder Teenie-Schauspielerin, aber so in der Dynamik wurde es für mich ein bisschen besser. Das ist natürlich aber auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass so eher diese Beziehung dann in den Vordergrund geht. Und ein bisschen dieses Anleiten der Tochter zu wehrdich oder sei eine wehrhafte Frau, das konnte ich mir dann eher angucken. Aber ich generell fand ich, also man muss schon sehr, sehr viel schlucken und sehr, sehr viel Jenny from the Block und J-Lo als Star ausblenden, um das zu kaufen. Und das, wie gesagt, in der ersten Stunde für mich nicht funktioniert. Ja, was ich dem Film auch gebe, ist, er wirkt sehr bodenständig, auch wenn er Action zeigt. Die Action ist durchaus vorhanden, es gibt auch ein paar größere Action-Set-Pieces, aber das alles ist jetzt nicht wie bei, ich nehme als Beispiel Beikel Bay, sondern es ist eher sehr geerdet. Das fand ich ganz gut, wobei es gab eine Szene, über die habe ich länger nachgedacht und ich bin mir noch unsicher, ob ich das gelungen oder scheiße finden soll. Das ist eine Szene, da wird jemand angefahren und er fliegt durch die Luft und das wird dann immer zwischengeschnitten mit dem Wurf eines Brautstraußes. Und irgendwie hat mich das, das klingt jetzt ein bisschen, als wäre das ein Horrorfilm, aber verfolgt. Ich weiß nicht, ob ich es genial oder total bescheuert finden soll. Weil mir nicht so klar ist, was auch da inszenatorisch dahinterstehen, also ist das ein, guck mal, das habe ich mir mal überlegt, das sieht doch irgendwie geil aus und das ist doch eine nette Idee, aber was steckt denn dahinter? Also soll ich da irgendwie, weil sie ja, wenn ich mich noch recht erinnere, den Strauß ja auch für jemanden dann fängt und abgibt, also soll mir das quasi so zeigen, hier die toughe Mother, die braucht den Scheiß nicht mit einer Hochzeit, die ist so emanzipiert und so selbstständig, dass die auf jeden Fall bei sowas, ja die fängt den und gibt den gleich ab. Weil als inszenatorischer Gimmick ist das irgendwie ganz nett, aber es läuft so ins Leere, vor allen Dingen, wenn man sich dann klar macht, dass so, sie hat ja einen irgendwie, man könnte das als Love Interest etablieren, sie hat so einen Agenten, der ihr hilft und der ist aber, also da gibt es so einen slightly, so einen leichten Anflug von, die bändeln mal vielleicht doch an oder hatten irgendwie was miteinander, aber irgendwie auch nicht. Und das wiederum fand ich dann, Thema Gradlinigkeit, fand ich sehr, sehr angenehm, dass man die Karte dann nicht ausspielt. Aber im Zusammenhang mit dem Brautstrauß hab ich dann gedacht, okay, was soll mir das jetzt sagen, also die toughe Jenny from the block, die da irgendwie, die braucht kein Mann. Auch kein Brautstrauß. Wobei ich das relativ nett fand, wie es umgesetzt war, denn sie kommt halt, wie gesagt, meistens alleine zurecht, sie hat durchaus hier ein paar Helfer und unter anderem halt eben dieser Agent gespielt von O'Marrie Hartwig, den kennt man glaube ich aus Army of the Dead und ist es ihr Vater, der da irgendwie in einem Alaska-Haus, dieser Paul Racey, den kennen wir aus Sound of Metal. Aber insgesamt ist es ein Film, der nicht weismachen will, dass sie jetzt unbedingt dringend Hilfe braucht. Sie nimmt gerne Hilfe an, aber du hast immer, ich hatte immer das Gefühl, wenn die will, dann hätte die das auch alleine geschafft, denn es ist eine Kämpferin. Und das ist eigentlich durchaus eine nette Aussage, es ist kein Film, der so eins macht, so, ja, guck mal hier, Eckstellen, aber letztlich braucht sie halt doch Männer. Ich hatte so am Anfang so dieses leichte, das ist die weibliche Variante von Shooter, diesen Mark Wahlberg, Antoine Fuqua-Actioner aus den, ich glaube mit 2000ern. Und da habe ich dann gedacht, dass dieser Paul Racey, ich hatte das so verstanden, dass der ein Kamerad von ihr gewesen sei, denn natürlich ist sie in Afghanistan als Soldatin gewesen. Das wird dann so als Exposition-Talk so mal reingeschmissen und das ist, das ist wirklich der Aspekt, den ich am allerwenigsten kaufen konnte, weil irgendwie so Militär und Frauen ist in meinem Kopf noch immer so ein leichter Widerspruch bei aller Wookness und bei allem Emanzipiertsein und Emanzipiertheit. Und dann ist so der Aspekt, wie sie auf diese, doch ja muss man auch sagen, in Kreise gerät, die jetzt eher Halbseiden bis sogar kriminell sind. Unter anderem ja dann der auch von Joseph Feins gespielte Adrian, der zieht sie ja so ein bisschen, bei Star Wars würde man sagen, auf die dunkle Seite der Macht. Hier würde ich einfach sagen, in Verbrecherkreise oder in illegale Machenschaften. Und da ist dieser Paul Racey Charakter, dieser Jones hieß der glaube ich, der sollte glaube ich Veteran sein und so ein bisschen der letzte Anker sein, den sie noch so hat. Weil ansonsten hat sie ja den Cruise und den und das war es dann. Und zu ihrer Tochter kappt sie ja sämtliche Verbindung. Ja. Ja, was soll ich das noch sagen? Sollen wir mal zu Joseph Feins kommen? Wie fandst du den? Ich hab mit denen ja leider seit 2004 ist für mich Joseph Feins immer, guck mal, Martin Luther. Ja, geht mir aber auch so. Ich, also sein erster Auftritt und wie er dort endet, war mir halt klar, okay, das ist halt so jetzt der große Antagonist, der die meiste Zeit im Schatten agiert. Dann gibt es ja auch diesen geil Beil de García. Da muss ich aber auch sagen, der Film ist wirklich sehr und auch kompetent zugeschnitten auf Jennifer Lopez. Dass alle anderen Figuren sind halt, die spielen zweite Geige. Egal wie sinister der Bösewicht oder wie bekannt er ist oder wie gut er das auch macht. Du hättest, ganz ohne es böse zu sagen, auch ein Trostbrot nehmen können und sagen, das ist der Gegenspieler. Das wäre ja auch machbar gewesen. Es war so ein bisschen Perlen vor die Säue. Aber ja, ich hab's genommen, wie es ist. Ich hab mich sogar gewundert, dass dieser geil García Bernal, um mal richtig den nächsten Zungenbrecher zu machen, dass der sowas mittlerweile spielt. Den hab ich zuletzt in Old gesehen von Shia Malan. Der war für mich sonst immer so ein Arthouse-Indie, Arzitazi-Fantom-Boy. Also der hat irgendwie, ich hab mal diesen, wie heißt der, Robert Stadelober, der hat immer so über den als der beste Schauspieler dich kennen und so. Und dann siehst du ihn hier als so ein Scarface für Arme, würde ich mal fast sagen. Und das war weird in der Besetzung. Bei Joseph Fiennes, wie gesagt, wenn ich dann ausblätter, ausblätter ist auch schön, ausblende, dass der keine 95 Thesen gerade anschlägt, sondern irgendwie so ein, so ähnlich so Bond-Bösewicht mäßig, so mit so einem vernarbten Gesicht und dann auf, wie man dann storytechnisch sagen muss, echt unnötige Rache aus ist. Weil irgendwie, das hab ich nicht so ganz Plot-Device mäßig verstanden, warum der jetzt nochmal dahinterher ist. Der könnte doch, zumindest nach meinem Verständnis, einfach seine, in Anführungsstrichen, Geschäfte weiterverfolgen und einfach sagen, es ist mir wurscht, was mit der Mutter da passiert. Also ich mach einfach mein Ding, krieg Geld wie Heu und ja, ich seh halt nicht mehr so gut aus, aber das kriegt Schminke halt auch weg. Ja, also der ganze Film ist für mich durchzogen von so einem, ist gut, aber mehr auch nicht. Ist okay, kann man angucken. Ich muss auch sagen, ich hab ja, wir haben schon gesagt, dass er wirklich gut aussieht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Film ist, der die große Leinwand zwingend braucht. Also dementsprechend muss ich sagen, Netflix ist eine gute Heimat für den. Der wird vermutlich auch, allein wegen dem Namen Jennifer Lopez, in den ersten zwei, drei Wochen auch sehr weit oben in dieser ominösen Netflix Top Ten landen, glaube ich. Und Netflix hat auch schon schlechtere Filme gemacht, so ist es nicht, aber das ist jetzt für mich kein Film, der in irgendeiner Form eine Art von Begeisterung ausgelöst hat. Und ganz ehrlich, für mich, glaube ich, wird dieser Film aktuell gut, also was heißt aktuell, aber wenn ich jetzt einen aktuellen Actionfilm suchen würde auf Netflix, würde ich sagen, ja guck dir den an. Aber spätestens, wenn Extraction 2 kommt, glaube ich, ist, wenn man war, eh aussorientiert. Ja, ich glaube auch, das sind zwei Ligen, die da fast nichts mit nahe zu tun haben, weil der Actionfaktor ist noch für mich das kleinste Ding. Ich fand es wirklich so, Drama ist es zu wenig, es geht so in Richtung Thriller mit Action-Einsprengselungen oder mit so kleinen Streuselchen auf dem Thriller-Muffin, aber halt auch nicht so richtig. Es gab die zwei, drei Shots, die ich ganz cool fand, wo du auch so die Landschaft siehst und das kann sie wirklich inszenieren, die Niki Karo. Aber beim Rest, ich bin wirklich, ich fand, unser Halsheim, der geht ja nun auch fast zwei Stunden und ist mal nicht so gefühlt drei Stunden, sondern es sind halt auch, ja, es sind zwei Stunden und man hätte vielleicht das eine oder andere auch knackiger inszenieren können, aber das ist dann Meckern auf hohem Niveau. Da merkst du halt auch, dass Netflix, ich glaube, den haben sie ja, weiß ich nicht, ob sie den eingekauft haben oder selbst produziert haben, aber da merkst du halt, dass sie nicht reinreden. Da sagen sie halt, ja, lass doch, es sind zwei Stunden, das wäre egal. Also von meiner Seite habe ich nichts mehr. Ich habe überlegt gerade auch, ich habe irgendwie auch, also kann man sich angucken, ist auch, du hast völlig recht, also Kino oder Couch, ich würde echt sagen, Couch reicht. Ich habe ja bei den, bei diesen visuellen Sachen kurz gedacht, ist irgendwie, also es gibt ja das Gerücht, dass Netflix, was so Bitrate und sein, sein Premium-Abo angeht, jetzt nicht so ultimativ geil aufgestellt ist im Vergleich zu Apple oder Amazon. Aber irgendwann bemerkte ich, so wie du das gesagt hast, es ist anscheinend ein Stilmittel, dass das immer so ein bisschen Fischaugen verschwommen in Optik hat. Und das ist vielleicht auch die einzige, in Anführungsstrichen, visuelle Spielerei, wo wir vorhin schon den Namen Michael Bay eingeschmissen haben oder du reingeschmissen hast. Das kann man hier nicht erwarten, das ist jetzt kein visuelles Feuerwerk, sondern es ist einfach ein solide, inszenierter, geradliniger, Klammer auf Action, Klammer zu, Thriller, mit J-Lo als Mutter und das ist schon ganz schön nett. Ich habe mir permanent die Frage gestellt, wenn jetzt so eine Jennifer Lopez sagt, guck mal Ben, ich habe einen neuen Film, der gerade mit er, zumindest ja was Kritiker angeht, relativ gut wegkommt mal wieder, so in Argosphären sich befindet und dann guckt den Bennifer, also Jennifer und Ben guckt ihn zusammen und sagt am Ende, dann sagt Jennifer, und wie fandst du den? Und Ben Affleck macht sich eine Zigarette an und sagt, mhm, und dann, ja wie denn jetzt? Ne, der ist schon, ah warte mal, ich habe einen Anruf. Ja, Matt? Ah, guck mal, das ist Matt, Jennifer, ich kann jetzt gerade nicht, ich gehe jetzt mal kurz eine weiter rauchen. Und danach sagt er, oh danke Matt, dass du angerufen hast. Ich wollte nicht sagen, dass der jetzt, also mit meinen Filmen, die ich zuletzt gemacht habe, eher nicht vergleichbar ist. Danke Matt. Und noch von einem anderen Interlight hörst du nur, Matt Damon. Ja, Timo Asperson, unser Mann in Hollywood. Ja. Ich bin der Scott Orlin oder der Steven Gäthchen vom Tele-Stammtisch. Nur optisch, wirklich 15 liegen da drunter und inhaltlich mindestens genauso viel, muss man wahrscheinlich vermuten. Schreibt uns, falls ihr das auch findet. Ich muss auch sagen, nach ihrem Comeback mit Hustlers, den, wie gesagt, ich wirklich sehr, sehr gut finde und auch ihre Performance wirklich sehr, sehr toll, war ich so ein bisschen ernüchtert, was danach so kam. Marry me und so, das waren halt so Standardsachen oder Shotgun-Vedding, den habe ich gar nicht gesehen. Und ich hatte so die Hoffnung, dass Mother vielleicht wieder mir zeigt, dass Jennifer Lopez mehr sein kann als Jennifer Lopez. Und das Ergebnis ist jetzt so, jein. Aber es ist ein Film, dem bin ich nicht böse. Das ist nichts, was mich komplett überzeugt, aber auch nichts, was mich irgendwie abschreckt. Es ist einfach ein bodenständiger, okayer Film. Es ist so die Leberwurststulle unter den Netflix-Produktionen. Das stimmt. Ich frage mich permanent ja, ob das auch immer noch Hollywood geschuldet ist und dem System Hollywood, dass natürlich, jetzt haben wir mit J-Lo eine fast mit 50 Frau. Ja, das mag man nicht glauben, wenn man sie sieht, aber sie ist halt fast Mitte 50. Und die Rolle ist ja dann mittlerweile, ich bin die Mutter von der Hauptfigur. Jetzt ist sie die Mutter, aber sie ist die Hauptfigur, wie ich finde. Und ich weiß manchmal nicht, ob da Netflix einfach sich noch traut, sowas zu besetzen, denn du hast ja völlig recht, so ihre Filmografie gerade so nach Hastlers und vor Hastlers ist ja übersichtlich. Das ist natürlich ihrem Anführungsstrichen Multitalent geschuldet, dass sie halt auch singen kann und Performerin ist. Aber irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl, dass Hollywood nach wie vor nicht so auf Draht und auf Zack ist, was so starke, interessante Frauenfiguren jenseits der, ich bin mal mutig, 35 bis 40 angeht. Da haben die irgendwie noch eine Schwäche. Vielleicht muss J-Lo das einfach ausbaden oder sie hat einen Agenten, der sagt, mach mal das, das ist lustig. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil sie nicht mehr Talent hat. Das kann sein. Ich sag mal, zum Beispiel von dir eben schon genannt, Charlize Theron, die ist, finde ich ja großartig, die kann für mich echt alles spielen. Der kaufe ich wirklich alles ab, außer wenn sie jetzt sagt, ich spiele jetzt Seth Rogen's Bauchnabel. Da würde ich sagen, ah, Charlize, lass mal sein, aber ansonsten kaufe ich dir alles ab. Aber ich möchte mich jetzt nicht mit J-Lo-Fans irgendwie streiten. Deswegen, wenn euch der Film interessiert, dann guckt ihn euch an. Wenn ihr mit dem Film Spaß habt, dann habt ihr mit dem Film Spaß. Und ich glaube, man kann zusammenfassen, wir beide fanden den okay. Ja, ich fand ihn, glaube ich, ein bisschen okayer als du. Ich mag J-Lo wirklich, ich hab's schon vorhin gesagt, wenn ich mal so die Filmografie vor ihrer Gesangskerhe durchgehe, fällt mir natürlich noch Out of Sight an mit einem Buddy von Matt Damon, nämlich hier Clooney. Da fand ich sie auch echt gut, aber da ist sie halt auch in einem guten Cast gut eingebettet gewesen und sah halt auch noch wahnsinnig gut aus. Das sieht sie, finde ich, immer noch, sieht wirklich, also ist immer noch eine Augenweide. Der Schuvi-Spruch des Podcasts muss noch sein. Aber ansonsten, wie gesagt, ist für mich ein abgemildert typischer Netflix-Film. Könnt ihr euch angucken, ist ein Wochenende in den Top Ten und dann ist es auch gut. Und wir freuen uns dann schon mal auf das Spin-Off The Father, The Sun and the Holy Ghost oder Holy Spirit. Gut, damit sind wir hier am Ende. Wir haben unsere Meinung kundgetan. Wir können euch noch sagen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr dem Telescham-Tisch ein Like dalasst, denn uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Warum? Weil wir es verdient haben. Es war jetzt irgendwie ein bisschen out of context, aber egal. Timo, ich danke dir für deine Zeit, deine Expertise. Immer gerne. Für euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Timo, dir gebt das letzte Wort. Denkt an eure Mütter. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telescham-Tisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.